Fröhliches Fummel, ihr Lieben! Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr diese schönen Sterne häkeln könnt. Auf geht's! Alle Infos zum Material und eine schriftliche Anleitung findet ihr wie immer auf meinem Blog karosfummelei.de. Ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung. Wir starten mit einem magischen Ring. Dafür lege ich mir den Faden hier einmal über den Daumen rüber und einmal rum und steche jetzt hier von unten hinten einmal durch ein. Und wenn ihr noch nicht wisst, wie der magische Ring geht, dann schaut euch bitte dieses Video hier oben an. Da erkläre ich das nochmal ganz langsam und ausführlich, wie ich das mache. Jetzt häkeln wir in den magischen Ring erstmal eine Luftmasche und ziehen die ein bisschen lang. Denn wir starten jetzt mit einer Büschelmasche und ich mache das ganz gern, dass ich hier mit so einer langgezogenen Masche starte und nicht mit Luftmaschen. Ich finde, das sieht dann am Ende besser aus. Also machen wir jetzt einen Umschlag, stechen wieder in den Ring ein, holen uns den Faden durch. Dabei darauf achten, dass ihr die Fäden so ein bisschen auf der Häkelnadel hier hochzieht, also dass das hier nicht so eng am magischen Ring dran ist, sondern dass ihr das hier gleich schon so ein bisschen in die Höhe zieht. Das gleiche machen wir nochmal. Ein Umschlag. Den Faden durch den magischen Ring holen und ein bisschen hochziehen. Und noch ein drittes Mal Umschlag und den Faden durch den magischen Ring holen. Jetzt haben wir hier insgesamt sieben Schlaufen auf der Nadel und ich hole mir jetzt noch einmal den Faden und ziehe den durch alle Maschen auf der Nadel. Das geht am besten, wenn man keine zu feste Fadenspannung hat und den Haken der Häkelnadel beim Durchziehen so ein bisschen nach unten dreht und dann durchzieht. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Jetzt machen wir drei Luftmaschen. Eins, zwei, drei und jetzt kommt die nächste Büschelmasche. Ein Umschlag, in den magischen Ring, den Faden durchholen und ein bisschen hochziehen. Nochmal Umschlag, Faden durchholen, nochmal Umschlag, Faden durchholen und jetzt wieder den Faden durch alle Maschen auf der Nadel ziehen und drei Luftmaschen machen. Das Ganze wiederholen wir jetzt so oft, bis wir hier in der Mitte unsere sechs Büschelmaschen haben, die wir brauchen. Das hier war die erste Büschelmasche, das ist die zweite. Wir machen das jetzt also so oft, bis wir sechs Büschelmaschen und dazwischen immer drei Luftmaschen haben. Dann geht es hier weiter. Ich habe meine sechs Büschelmaschen jetzt hier in dem magischen Ring drin und jetzt ziehe ich den magischen Ring zu. So, ich habe den jetzt richtig gut fest zugezogen und jetzt mache ich eine Kettmasche hier oben in die Spitze der ersten Büschelmasche rein und das war die erste Runde. Jetzt kommt die zweite Runde und das ist dann auch schon die letzte. Der Stern besteht nur aus zwei Runden. Ich mache jetzt hier eine Kettmasche in diesen Luftmaschenbogen zwischen den Büschelmaschen, damit ich da direkt starten kann und jetzt geht es weiter. Ich ziehe mir die Masche hier wieder so ein bisschen hoch und starte jetzt mit einer Büschelmasche. Das heißt, wir machen die wieder genauso. Einen Umschlag, einmal den Faden durchholen, bisschen hochziehen, Umschlag, Faden durchholen, Umschlag, Faden durchholen, wieder sieben Schlaufen auf der Nadel und einmal durch alle sieben Schlaufen durchziehen. Jetzt mache ich drei Luftmaschen und häkle eine Kettmasche hier oben in die Büschelmasche rein. Das ist das erste Pico. Da entsteht hier nachher die schöne Sternspitze. Jetzt mache ich vier Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier und häkle in die dritte Luftmasche ab der Nadel, also in die zweite, die ich gehäkelt habe. Wenn ich mir das jetzt hier umdrehe, das ist die erste, das ist die zweite, in diese häkle ich jetzt eine Kettmasche rein, aber nicht hier so in die Seite, sondern in diesen rückseitigen Nupsi, in das rückseitige Teil von der Kettmasche. Wenn ich die also hier so ein bisschen zu mir drehe, häkle ich in diese hintere Schlaufe da jetzt eine Kettmasche rein. Jetzt kommt noch eine Luftmasche und die nächste Büschelmasche. Die häkeln wir in dieselbe Stelle wie eben schon, die erste Büschelmasche, also in den gleichen Luftmaschenbogen kommt jetzt noch eine zweite Büschelmasche rein. Dafür machen wir wieder einen Umschlag, den Faden da durchholen, ein bisschen hochziehen, Umschlag, Faden durchholen und noch ein drittes Mal. Dann sind wieder sieben Schlaufen auf der Nadel, die wir zusammen abmaschen und eins, zwei, drei Luftmaschen. Eine Kettmasche hier in die Stelle, wo die erste Luftmasche war. Die Schlaufe ein bisschen langziehen und eine Kettmasche auch wieder in die Stelle, wo wir jetzt die beiden Büschelmaschen reingemacht haben. Dann ist unsere erste Sternspitze fertig. Auf die gleiche Weise machen wir die anderen Sternspitzen auch. Also hier seht ihr das? Das ist jetzt unsere erste Sternspitze, die wir hier gemacht haben und jetzt machen wir noch fünf Stück, die genauso sind. Wir starten dafür immer in diesem Bogen mit den drei Luftmaschen. Da müssen wir jetzt erstmal wieder in den nächsten rein. Das heißt, wir machen hier in den nächsten eine Kettmasche rein und jetzt wiederholen wir, wie gesagt, einfach das vom Anfang. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller. Einmal langziehen, Büschelmasche mit drei Umschlägen, drei Luftmaschen und das Pikot, also hier eine Kettmasche rein, die erste Luftmasche, vier Luftmaschen und eine Kettmasche in die zweite Luftmasche, eine Luftmasche und noch eine Büschelmasche. Drei Luftmaschen und eine Kettmasche wieder hier oben in die Büschelmasche, bisschen langziehen und hier wieder eine Kettmasche rein. Fertig. So machen wir jetzt immer weiter, bis wir am Ende der Runde angekommen sind. Am Ende schneiden wir den Faden jetzt einfach ab und ziehen ihn hier durch die letzte Masche lang durch. Ich habe jetzt hier einfach nur die Baumwollfäden und den Anfangsfaden hier von dem Glitzergarn hinten auf der Rückseite vernäht und den Glitzerfaden, der am Ende überbleibt, den habe ich hier bei meinem Stern schon direkt dran gelassen. Dann kann man den nämlich daran super aufhängen. Ihr könnt die Spitzen noch so ein bisschen lang ziehen. Ihr könnt das Ding auch natürlich ein bisschen verstärken, aber wenn ihr noch so ein Beilaufgarn da mit drin habt, dann ist das eigentlich schon fest genug, wenn ihr eine kleine Häkelnadel benutzt. Falls ihr diese kleinen süßen Teile hier mal nachhäkeln wollt, die hier schon zwischendurch ins Bild gehuscht sind, dann schaut euch bitte unbedingt mal dieses Video hier oben an. Und wenn ihr Lust auf noch mehr Schneeflocken habt, nämlich diese beiden hier, dann schaut euch bitte unbedingt dieses Video hier unten an. Da gibt es noch mehr Schneeflocken von mir. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Nachfummeln und bis zum nächsten Mal.